Hallöchen zu meiner weiteren Folge von mir in Star Wars Outlaws. Ich muss irgendwie versuchen da rein. Ich muss irgendwie versuchen jetzt da hinzukommen. Ich weiß auch nicht, ob jetzt irgendwas passiert, dass sie mich verhauen, verprügeln, verkloppen. Ich werde es ja gleich sehen. Da ist das. Okay, aber ich glaube hier gibt es gleich irgendwas. Aha, okay. Den Bereich darf ich nicht betreten. Den Bereich darf ich nicht betreten. Warte mal kurz, kommen wir hier noch lang? Ich würde mich doch verarschen. Äh. Aber ich glaube hier. So, das bringt mir nichts. Ja, hier war ich ja schon mal, das weiß ich. Was siehst du? Alles ruhig, fast schon langweilig. Hier draußen könnte sich jeder umtreiben. Alle zwei Dämonen wollen. Gute Schlüsselkarte. Alle sind nicht nur Aktivitäten in Sicht. Alles soll, aber das scheint noch frei. Alle sagen, das nächste siegreiche Fahrt hier wird männlich sein. Gucken wir, was es gibt. 5.000 Credits. Alter, das hat sich ja richtig gelohnt, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir hier abhauen. Wenn du das nicht siehst, kannst du das nicht machen, ne? Oder was? Oh Gott, jetzt stand da auch noch einer, ne? Da hin. Oh, sie haben es nicht mitgetreten. Und raus hier. Und weg. Und weg. Und weg. Yes. 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 Ist hier noch was? Ne, ne? Das ist hier noch nicht für immer. So. Vorsichtig. Was war das? Was? Was? Da haben wir auch noch was? Ich frage, wo geht das denn? Weil eigentlich... haben wir ja keine Probleme mehr. Meine Verstärkung. So. Weiter geht's. Ausrüstung? Dann können wir die Ausrüstung verbessern, oder was? Achso, wir haben hier den Anhänger, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass man unentdeckt wird. Okay. Ab ins Journal. Dann gehen wir auf. Ein Schatz auf Tushara, genau. Pikesindikation. Ja, das funktioniert noch nicht. Gut. Dann gehen wir mal... Da. Da wollte ich hin. Ähm... Sensible sagen. Äh... Auf Karte anzeigen. Und folgen. Das heißt... Äh... Wir müssen der beste Ausgang jetzt für mich... Durch diesen Gang und dann darüber. Und da muss ich hin. Okay. Wir machen das so. Bringt ja... Äh... Ich weiß es nicht. So... Wo gehen wir jetzt hin? Was ist das hier? Ein 14er ist hier. Wo müssen wir jetzt hier hin? Komplett falsch, da zurück, nach links. Dann da nach links. Ja, Entschuldigung. Hier muss ich irgendwie lang, dann hier, diese Fass, ins Mirogana-Tal muss ich jetzt. Schnellreise ist zu, oh ey, ihr seid doch nicht, oh das ist gemein. Nehmen Sie sich um, Sie werden erst nicht bereit. Okay. Ja, wir schaffen das schon. Das ist so, ich gehe hier lang und dann da hoch, ne? Ja, und dann ist da der Ausgang und dann kann ich da raus. Dann hier lang. Ich muss echt da hin, wenn ich mit dem Gleiter das machen kann. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Wie? Was? Wo musste ich denn überhaupt hin? Das war die größte Frage. Was sollte ich hier hin oder was? Was? Alles gut, wir sind nur zu Besuch. Was? Was? Was ist denn? Okay. Du weißt schon, dass ich keine klebrigen Pfoten habe wie du, ja? Ich finde es witzig, ne? Okay, hoffentlich ist niemand da. Ah. Nix ist cool. Ich hoffe, das war's wert. Einen Glicksessel haben wir. Übrigens, Foto-Modus, ja. Dann wollen wir das mal machen. Äh, Quatsch. Natürlich, fortsetzen, Mensch. Das Einzige, was ich jetzt habe, diesen Auftrag. Das war jetzt, wie ich sage, das fand ich jetzt nicht so pralle, weil, keine Ahnung, da habe ich mich echt ein bisschen doof wieder angestellt, aber ich kenne mich ja. Das war jetzt, wie ich sage, das war jetzt. So, ich nehme das jetzt. Sorry, ich... Großes Risiko, nur eine Chance. Die Versteckung. Die Richtung ist das. Äh... Das war kurz nochmal in die Dings für Spike. Ja, ich glaube, das ist sinnvoller, äh, auf der Karte. Und wir haben hier kein Schnellpoint, ne? Das versteht... Das ist hier so, wo ich sage, so... Ja, wir haben diesen Schnellpoint. Okay. Na los, das geht schneller. Auf geht's. Da sind wir hinten beim Gietenlager. Und da Informationen beschrieben. Nicht loslassen! Oh, bitte nicht. Okay. Danke, ich bin mir sicher. Ach, da ist das der. Das ist ein imperiales Eigentum. Wie kann ich denn alles tun? Are you kidding me? Auftrag fehlend fehlend. Was musst du da machen bei den Aufträgen, Alter? Wieso ist... Also langsam, das ist der zweite Auftrag, den ich versaubeutelt habe. Ich finde das Piratenlager. Ja, und? Das kann doch nicht sein, dass ich die jedes Mal verkacke. Jetzt hier zwei Aufträge und habe die versaubeutelt. So doof kann man sich doch gar nicht anstellen. Vor allem den ersten Auftrag, okay, da war ich zu langsam. Aber da habe ich den Punkt nicht gefunden. Ja, das akzeptiere ich. Aber hier war ich ja noch nicht mal da. Also das verstehe ich jetzt gar nicht gerade. Und ich weiß nicht, ob ich das da machen würde mit den Pikes. Ich meine den Auftrag. Achtung, Eingreif-Truppen. Ich will, dass der ganze Bereich durchdrucken wird. Eliminieren Sie alle verbliebenen Piraten und bringen Sie sich ohne Vorräte. Gibt mir meine Pause. Ich wette, die merken nicht mal, wenn ein Teil dieser Vorräte fehlen. Ich wette, die merken nicht mal, wenn ein Teil dieser Vorräte fehlen. Und noch eine? Ja. Wo waren jetzt meine... Das war dich nicht doof gerade. Und weg. Yes. Yes. Wobei das mit dem anderen... Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, okay. Das habe ich mir da noch verstanden. Äh... So, Landeplattform. Das wäre auch noch die Möglichkeit, dass ich da die Vorräte klaue aus der imperialen... Bude. Aber da habe ich irgendwie... Oh... Weiß ich nicht. So. Und dafür ist mein Dings zu schlecht. Ja. Und dann haben wir diese Sachen hier. So ein Kernstöckel. Ein Werkzeug, das Felsen zerstören kann. Ne? Da geht das los. Oh, nee. Das ist ja hier oben diese komische... Äh... Diese komische Geschichte hier mit dem Teil hier, wo ich nicht wusste, wo ich hin... Oh, nee, 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 nee. Äh... Äh, nee, nee... Och... Ja, und hier,... Kernstück der Herstellung von Delo Robotics gesetzlosen Dings. Schatten der Täuschung. Gewinn ein Spiel gegen die Wale. Ich überlege gerade, was sinnvoller ist. Ich glaube, da habe ich dann eher das jetzt gerade ein bisschen mehr Lust drauf auf das Ding. Bin ich mal ganz ehrlich, bevor ich mich jetzt in die nächste Mission da reinstürze. Vor allem, apropos. Warte mal. Ist hier nicht dieses komische Rennen? Hm. Oh. Hey. Äh. 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 Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich habe gerade wieder nicht gelesen. Wer läuft denn heute? Es gibt einen Hinweis auf das Geschlecht des Siegreichen. Das ist männlich. Weiblich. 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 Ich war doch getragen. Dann war das. Die waren alle weiblich, ne? Dann war das das. Was ist die Zeit, was du drauf hast? Ich habe ein gutes Gefühl. Da ist der Geist. Sereno. Wata. 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 Diese Jockeys wissen einfach, wie man die Zuschauer bei Laune hält. Es wird Feuerhändler! Ich wusste es! Fantastisch! Und schon bald findet das nächste Rennen statt. Also platzieren Sie Ihre Wänden. Yes! Du, wollen wir handeln? Äh, handeln? Was handeln? Was immer du willst, Team Yuki Handelsweger gilt jeden Handlein. Wenn du was hast, gucken wir es dir an. Äh, hä? Eigentlich, gerade nicht. Okay. Können wir uns mal mit Danka kurz unterhalten, glaube ich. Vielleicht habe ich etwas für dich. So. Untersuche die Piratenaktivitäten. Eine Bande Schiffssiebe operiert von einer lokalen Werkstatt aus. Gesucht wird eine Person, die herausfindet, was ihr nächstes Ziel sein wird. Dann haben wir einmal beschaffe die Fracht und liefere sie ab. Südliche Wasserfälle. Nach Jahrhunderts Hoffnung. So. Platziere Datenstifte im Crimson Dornviertel. Hohes Risiko. Du bekommst nur eine Chance. Gesucht eine. Das würde uns helfen, ne? Das würde uns hier helfen, ne? Weißt du was? Wir probieren das einfach mal. Na, dann ab mit dir. So, ab ins Crimson Dornviertel. Da komme ich ja gefühlt ruckzuck hin. So. Äh. Warte sagen, da muss ich, glaube ich, hier lang, ne? Ich bin ja, ich bin ja. Eigentlich dürfte er... Sag mal, eigentlich dürfte ich mich doch hier frei bewegen, oder nicht? Genau. Was? Ey, ich krieg die Motten. Vier Aufträge, drei komplett versaubeutelt. Ey, dieses Rufdings langsam... Ich krieg langsam die Motten, Alter. Das kann doch nicht so schwer sein, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Ich bin die Peinlichkeit in Person. Sorry, wenn ich das so ausdrücke. Ich bin die Peinlichkeit in Person. Ich krieg das nicht hin. Drei Aufträge in Folge komplett versaubeutelt. Einer zu spät. Beim zweiten weiß ich nicht. Und eben... Ey, ich hab gedacht, was läuft denn da ab? Brauchst du Arbeit? Wirrung-Garnatal. Zielort-Anzeigen. Ursprungsort. Ich muss von hier... ...nach da. Das Ding ist, dass die mir eigentlich... ...ääh... ...dass das hier sind... ...das... Ich muss unbedingt Peik. Wir machen das. So, dann einmal auf. Dann einmal Schnellreise. Also die Aufträge, das habe ich noch gar nicht gefügt. Weiß ich nicht, ob ich da... Okay, ich hätte echt gedacht, dass das funktioniert so. Aber im Nachhinein so... Ja, klar, ich hätte ihn natürlich abdenken müssen. Und hätte natürlich dradecken müssen, dass er mich beobachtet. So, überhaupt. Ey, da kann ich endlich Aufträge machen, ne? Und dann kriege ich das nicht gebatten, die Aufträge zu... ...zu...zu machen. Oh, das ist schon peinlich. Äh. Auf der Karte anzeigen. Folgen. Zack. Und ich darf mich nicht erwischen lassen. Äh. Äh. So, da haben wir irgendwas. Das ist das Ding. Kann man das bergen, oder? Sieht aus, als hättest du dir Ärger eingebrockt. Festhalten! Wieso Ärger? Wie kann ich mir Ärger eingebrockt haben? Oh Gott. Oh Gott. So. Und da wären wir. Ich hab's. Alter, das ist aber ein geiles Minenfeld, ne? Muss man mal grad so sagen. So ein bisschen. Ich hab's. So. und abgewickelt ich habe auch deutlich erfolgreich abgeschlossen und das allerbeste das allerbeste ist ich weiß noch nicht mal keine ahnung wie das jetzt mal ohne witz ich stehe kurz davor zwei gelegenheiten bei danker und dann haben wir hier noch die hunden also manche sachen sind gefühlt so was will man hier noch eigentlich der schmelz hier gibt es irgendwie noch einen schatz so unbekannte ort da man die station die station da geht es nach hause und irgendwo müsste hier noch so ein schatz irgendwo sein aber wie sie sehen sehen sie nix da 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 Ja, ich weiß nicht. was ist los mit euch auf geht's ja wie gesagt keine ahnung das war jetzt auch nicht ganz so geplant ehrlich gesagt so wie es weitergeht zeige ich euch aber in der nächsten folge in diesem sinne bis zum nächsten mal